Ich will mal in diese Richtung. Da haben wir noch einen Bereich nicht freigestellt. Freiwo fahren. So, wir haben Quests. Hier aus der unteren Wohnung müssen wir ein Bauhaus bauen, Schmiede bauen, die Lebens sammeln und das Haus aufwerten. Wie sieht es mit unserem Freund im Aufenthaltsraum aus? Hey Riesenhut, hast du einen Lieblingspassagier? Warte, 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 warte. Frag es mir nicht. Das ist dein Geheimnis. Ich habe auch einen. Das ist mein Geheimnis. Moment. Was, wenn es derselbe ist? Oh, oh, oh. Das muss ich jetzt irgendwie wissen. Oh nein, das wird mich die ganzen Tage lang beschäftigen. Sag es mir. Komm schon. Warte, nein, sag es mir nicht. Oh Mist. Ich hätte es nicht sagen sollen. Schon gut. Das bist doch du. Machst du eigentlich mehr mit Klebstoff? Wollen wir das zu messen geben? Fleischentopf. Was für ein Geruch? Das ist Gemüse. Eklig. Okay, da ist Gemüse drin. Ähm, Reis. Oh danke, das ist so lecker. Okay. Ah, hier haben wir. Das haben wir angesegelt. Zuckorosam, Weizensamen. Aha. Hier noch irgendwas? Nein. Können wir hier das... Hier unten ein bisschen leerräumen. Ohhh. Hier oben stimmlitzt. Hier oben futter damit. Most R pertnen im Wasser. Ja. Hier oben sönd nehmen. Hier oben hochließen. Oh ja. Oh, das bleibt. das schicht mal wieder sauber machen hier stammelt sich mittlerweile schichtweise hier vorne haben wir noch ein bisschen, das schiff zieht sich hoch, das kann noch größer werden es kann sein dass wir es noch vergrößern werden bestimmt wir müssen noch vergrößern gerade wenn neue Häuser auf die Gefähre kommen wenn wir anders irgendwann wissen es ist nachts, wenn wir schlafen gehen so kann mir jetzt einer sagen woher wir so viel Geld nehmen, so viele blimps nehmen sollen woher nehmen wir nicht stehlen 54.000 blimps blimps kriegen wir hier im sturmgebiet da können wir mal hinfahren da können wir über blimps sammeln da müssen wir ja ziemlich da müssen wir ziemlich oft durchfahren grüßt jemand manchmal konnte ich nicht schlafen ich hatte diese Albträume alle Leute aus der Schule kamen darin vor meine Mama und mein Papa waren auch dort alle riefen die ganze Zeit nur Fall, Fall, Fall dann konnte ich nur noch den Himmel sehen ich habe nur noch den Wind in meinen Haaren gespürt dann bin ich aufgewacht wenn ich Angst habe und dann aufwache ist mein Bett immer nass das machen wir gar nicht das musstest du mir jetzt nicht unbedingt erzählen aber okay es ist natürlich nichts es ist nichts es ist nichts außergewöhnlich vielleicht schon aber es ist nichts Schlimmes ich meine da muss man sich nicht für schämen das ist das da ist dann eine Sache das kann es ist völlig kann passieren es ist nichts was da auch sich für seine körperlichen Einschränkungen und vollzogen damit das ist völlig warum man ziehen wird plötzlich trotzdem nicht Glimmes oh die arme Katze gibt es noch irgendwo eine Mülke Glimmes zu sammeln der gibt es noch das wir teilnehmen doch hier wir wir hier wir 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 und wir 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 Ach verdammt, wo stand ich daneben? Manchmal bin ich hier nicht schnell genug. Verdammt. 24.000 habe ich das, wo soll man das... 15.000 muss kriegen. Hier ist nochmal Fisch. Bisschen Silber da. Hier ist der reisende Hände. Vielleicht können wir da ein bisschen was verhügeln. Dann zwickt was von... ... und mit uns in den Steppen. Da merke ich immer die... ... und mit anderen Sachen. Wir haben dann die alte Jukebox. Summers Thema. Werft aus Berlin. Summers Thema. Die war doch eine gute. Was gibt es jetzt bei dir? Der Bruder kratzt dir ab hier, warum hast du essen? Ja, du wirst ja immer nur spezielle Sachen. Fleisch mochte er immer, oder? Das ist nur so Futter eigentlich. Der war ein typischer Fleischwasser. Du kriegst auch ein bisschen Weizen. Unbeschert musst du werden. Stanny, mein guter. Wie geht es dir? Eine Marmok? Nein. Ist nass da auch schon. Gibt es Äpfel Birnen? Was gibt es bei dir? Dessen brauchst du? Wer ist mit Puget und Mieser? Der oder die nimmt aber noch. Was darf das? Die sind fast wieder eine Werft. Wir werden eigentlich schon was von der Aufbesserung machen. Das Haus von dem Großen. Die Aufbesserung waren nicht hier. Aufwertung. Sieht schlecht aus. Ich glaub da brauchen wir mal eine Schmiede um Platten zu fertigen. Die Bauern erst damit geht. Die eine Christ. Jetzt noch irgendwas aus der Fischung Besor-Tankung. Ich habe hier ein paar Gimps. Scheiteres Experiment. Itemssensammlung. Klinzensammlung die Karte von den zurück hinten Fühlt der Witz Ich glaube das mal brauchen wir auch noch irgendwo früher sobald ich das erst mal Leere Muschel schade, ich glaube nicht, dass die Leere wieder verlaufen wird Tja Ich bei dir was neues Hier habe ich keinen schlimmen Träumer Ich glaube ich träume überhaupt nichts Wenn ich nachts die Augen zu mache ist alles nur schwarz Wenn ich aufwache kann ich nur aneinsdenken an dein riesigen Hut und an dein Gesicht wie es mich anlöchelt Früher wollte ich nie schlafen gehen Und jetzt schon Weil ich weiß, dass du da sein wirst Nicht aufwachen 450.000 Grimms Ich fürchte wir müssen jetzt Drogen, die da anfangen ähm vom Spiel Seelen Dumer Hilf mir auch nicht weiter Maismäh Ich kann mal die Sachen, die angepflanzt haben verkaufen Bei Äpfel und so Wir haben nicht genug Samen Dann können sie bloß die anpflanzen Und 2 und 3 Fien Wir können doch mal Verkaufen 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 3 mal 5 davon Verkaufen 2 mal 5 davon Ja Wir sind wirklich nur noch weit davon entfernt Und welches Geld zahlt, und zwar, gibt es irgendetwas für die viel Geld zahlt, das sind 1000 oder so. Jetzt zahlt er 904. Jetzt kannst du die ganze Serie Späne haben. Das ist lautiger. Nervig, ich weiß. Man bringt auch irgendwie nichts auf lange Weise. Was soll's. 61.000 habe ich jetzt. Das ist immer noch weit entfernt von den 400. Okay, ich brauche einen Drixai. Du weißt schon, ein Drixai. Wie? Ich weiß nicht, was das ist. Wie kann das sein? Das ist total beliebt und normal. Jeder hat welche in der Küche rumliegen. Jeder liebt sie. Oh, komm schon. Mach's für dich über mich lustig. Das gefällt mir nicht, wie wenn Leute sich über mich lustig machen. Glaub mir, ich habe davon geteubelt. Ich brauche einen Drixai. Einen Drixai. Ah ja. Das ist der frechen Drixai. Das ist der Drixai. Jetzt wird's wahrscheinlich eh wieder nachts. Das heißt, wir können noch nicht fahren. Und Drixai in der Küche. Und Drixai in der Küche. Ich bin das irgendwo. Was zum Frühstück. Ich darf nicht. Ein Drixai. 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 Es muss doch alles mit Ei zu machen. Ein Drixai. Das ist mit Ei zu tun. Ein Drixai. Blüoei, da kann ich mir noch denken, dass sie deine Küche hat, und was was so ähnlich wie Drecks klingt. Ein Ei mit Drecks, was auch immer Drecks ist. Kabel hier rum. Haben wir irgendwelche Zutaten, die wir mit Ei kombinieren können. Haben wir keine Eier. Ich versuch das mit Spiegeleiern, ansonsten, Tomaten. Ich kriege irgendwas mit D an. Drr. 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 just darin. Das Spiegeleier oder Rüey, könnte ich mit auch Vorschein, genau. Da haben wir nichts Ich hab nichts gefunden. Und reich sei. Gegeben, wie wär's denn? Versuchen wir's gar nicht. Drixai hier. Aber das möchte ich nicht. Ok, Drixai ist schon mal kein Spiegerei. Das ist noch kein Drixai. Ist normalerweise weiß und rundlich und hart. Wir haben die dauernd zum Frühstück. Marc meint's mit Toast. Und man kauft sie mal ein Dutzend. Aha, also ein Eier-Toast. Ach, mit Eis hab ich mir schon so gedacht. Also Weißbrot mit Toast. Weißbrot müssen wir... Das ist wieder so ein... So ein Gerichtsrätsel. Was wir schon bei Atyl hatten. Was mich da schon... ... zur Verzweiflung gebracht hat. Wo kriegen wir ein Eier her? Oh ja. Ok, vielleicht tun wir grad nix. Vielleicht hier, aber... ... ansonsten... Eier. Eier. Das Glas. Schweinefleisch. Irgendwo gab's Eier zu verkaufen. Rokal. Und wer hat uns hier schon Eier verkauft. Das weiß ich ganz genau. Eier. Hier ist das Eier. Dann fahren wir da mal gleich hin. Ähm. Hilf mir doch bitte. Hm. Du sagst wie? Hm. Hm. Wie soll ich denn helfen? Brauchst du irgendwas? Kannst du dir was geben? Soll ich die mitnehmen? Hm. Wie soll ich denn helfen? Ich hab' mir... ... verräts wie... ... wie ich das anstellen soll. Ich hab' mir Schwester... ... ähm... ... Furo Gawa. ... Treibels. Hier Furo Gawa. Da wird man eigentlich grad nicht hin. Und wo ist denn Furo Gawa eigentlich? Hier drüben ist es. Guck mal gleich als nächstes hin. Als übernächstes hin. Guck mal eine Side-Paste an. ... ... ist okay. Ah. Ich meine, die haben die Produziert. Der mag süße Sachen, dann mach doch Ei, oder? Frühstück, nur wie letztes Mal, super. Oh, die Mammut. Wie süß ist der denn bitte? Grenztäne. Der Schaf muss geschoren werden. Es fällt ein Schafsstall, wie sieht es damit aus? Echenbrot aber nur dafür. Früchte haben wir noch nicht genug für. Micky möchte Dekorationen für unser neues Haus. Soll ich billig werden. Ja, ohne Forderung stellen. Können wir auch mal nicht drum bitten. Stanley lauscht der Musik. Umarmungen sind super. Was zu essen, was zu essen für dich. Jetzt kaufen wir schon wieder was ein. aber wenn das zeug im bootstrat aus mir können wir das vielleicht machen wir hatten wir hier an der müde wo sonst ich habe das gefunden dass die vielleicht gefallen könnte die geschenkels der sammlung bestimmt viel geld verkaufen das ist gemein aber warum das geld und ja kometenschauer Das ist doch immer was schönes. Ich glaube, da kommen noch ein paar Grimms bei rum. Ja, da bin ich auch besser drin. Deshalb nicht mehr Grimms, da sind es auch mal tausende. Und natürlich am Meuchtenstein. Okay, das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein, ich habe mich zu lange herumgespuckt und umlüpft. 50.000, naja. Und für 50.000 immer noch zu fahren. 50.000, naja. 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 50.000, naja.